Liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Jawohl, wir sind in unserem wunderschönen Appartement hier in Nord-Holland. Oder auf Englisch original gesagt in North-Holland. Holland? Hey! Hey, pass mal auf, Kollege. Wer ist hier der Coole, ne? Wer ist geil, ne? Habt ihr gesehen oder was? Da, he? Ha! Haha, never fuck with Louis, Alter. So. Ich bin bescheuert. Okay, pass auf, wir brauchen ein Auto. Oder ein Taxi. Taxi ist auch gut. Hey, Taxi, Taxi. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey! Hey! Alter! Bleib stehen jetzt, Junge. Okay, du musst dich nicht umbringen. Du sollst eigentlich einfach nur stehen bleiben, aber passt schon. Äh, so. Steigen wir mal ins Taxi und fahren mal zum Tony. Sehr schön, hatten wir in der letzten Folge ja im Fight Club. waren, war das letzte Folge? Ich meine, das war letzte Folge, wo wir uns im Fight Club geprügelt haben, was da Zeug hielte. Sehr gut, Samuel. Wer bezahlt das jetzt? Ich bezahle es nicht. Hey! Hey, halt! Ah, oh! Oh, hi, Luis! Wow, what a coincidence! Hey, Margo, how are you? What are you doing here? I was just, just meeting someone. A date, actually. A Hercules? It's a gay club. You never answered my calls. Yeah, I'm sorry. Or my emails. Yeah, I meant to, I'm just... Fucking rude. Yeah. Look, I got a lot going on. Did you get the book I sent you? No. The flowers? No, listen, Margo, you're a nice girl, and it was nice hooking up with you, but... It was over a year ago. What's time got to do with anything? It's... It was a long time ago. I mean, it's time to move on. You're pathetic. You know that? You think you're such hot shit, don't you? No, I'm more like cold shit. But seriously, I just don't want to marry you. And no matter how many letters you send me, or chocolate bunnies, or skywriting my name, or naming stars after me, or whatever, it's nothing personal. No, rejection never is personal. You know, my dad was right about you. Your dad? Look, he probably was, okay? But if you'll excuse me, I gotta go. You can't go. But I can go. You can't. I'm going to die. I just took 37 painkillers and 15 sleeping pills. There's the bottle. I'm going to die, and it's all your fault. I'll be dead soon. Either get me to the hospital, where I'm dead. You fucking idiot. What is with you denn los? We brauchen ein Auto. Komm. Lass dich nicht von der Polizei überfahren. Die sind hier ein bisschen rude. Bevor sie stirbt. Ja, wann stirbten die? Okay, komm. Wir schaffen das mal. Ich muss mich die ganze Scheiße die ganze Zeit anhören, ey. Okay, geht's schon los? Oh, oh. Alter, was? Okay, wir müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus, bevor sich die Tabletten auflösen. Ich meine, man ist ja noch nicht gleich tot, wenn man die ganzen Pillen da geschluckt hat. Halt auf dich selbst, Bitch. Es wird es wirklich convenien, wenn du auf mir sterben. Ich bin wirklich so gut, als ich. Jetzt, dass du dich in den Kopf hast. Geh in da. Du hast das Problem, jetzt. Nichts, du kommst in? Du kannst mein Haar zurückhalten, wenn sie mich pumpen. Ich sehe genug bulimic Bitches in dem Club, Margot. Du bist auf deinem Weg. Ich liebe dich. Hm. Okay. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Aber wir waren jetzt immer noch nicht bei Tony, ne? Das war was anderes irgendwie. Na ja, gut, was soll's. So, wir fahren jetzt erstmal die Einbahnstraße zurück. Einfach, weil wir es können. Das interessiert die Polizei auch nicht, ne? Aber weh, du hast Drogen dabei. Das ist dann schlecht. Da muss man reagieren. Ja, so. Du bist auf die Armys, ey. Die fahren alle in die falsche Richtung. Blut! Ey, die lebt aber noch. Kein Ding, Mann. Warte. So. Bitte. Oh, fuck. Da waren Koks, glaub ich. Oh, oh. Wir sollten vielleicht abhauen. Vorsicht! Die Schuhe. Klack, 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 klack. Oh. Ey, kein Ding, Mann. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich warte mal hier ganz kurz. Müsst ja so passen, oder? Ja, doch, doch. Der Stern verschwindet bestimmt gleich. Alles gut. Sehr schön. Haben wir das super geregelt, oder? Wunderbar. Wir sind in Frankfurt Avenue. In Westminster. Und... Oh. Entschuldigung, González. Sorry. Oh, Armando. Wer ist denn Armando? Was hat denn? Ne. Abhängen? Nein. Weg mit dem, Mann. Brauchen wir nicht. So, ja, ist mir egal. Hier geht's zu Tony. Mal gucken, was Tony hier zu sagen hat. Block this. Hey, Luis, wassup, Mann? Hey, wassup, Troy? Tony inside? No, he's not here yet. Uh, did you talk to him? Who? Tony, about me. What about you? About me working here, Mann. I can't do it no more. I ain't queer, and it's doing my head in. Bro, you work for a guy whose nickname since 1985 is gay Tony. Why do you give a fuck? Because I want to be married, Mann. You know, I want to have a nice life. I want to picket-fence and Alderney. I want to raise kids, play ball. You know? And look at me. Bro. I don't know what to tell you, man. Desi's the man of masoning, okay? This is the job we got for you. If you don't like it, fuck off, I guess. If you do, shut the fuck up and stop being a moron. Don't be like that, man. You know me. I'm an artist. I've got songs in me. Maybe if Tony could hear me sing, I'd be okay here. You're the fucking doorman, bro, not the cabaret. What's wrong with you? You're real tense, man. And you used to be cool. Hey, Troy! Hey, how's business? Luis, come on, let's go. Pretty quiet. Oh, fantastic. What is wrong with you people? Don't you know a good time when you see one? Jesus! When even the queens don't want to get wrecked, you know this city is turning into a fucking suburb! Hey, Luis, get in the car. Gracie, sweetheart, in the back. Tony, can I have a word? No! No! No. Let's go. Nein! Nein! Sehr schön. Can you take us out to Gracie's house? It's on Babbage Drive. Tony, ich hab das letzte Mal gesagt, das ist ein Passat-Verschnitt. Dabei ist es tatsächlich ein E-Klasse-Verschnitt von Mercedes tatsächlich. Ja, es tut mir leid, dass ich... An alle Mercedes-Fans, dass ich Mercedes mit Volkswagen, äh... ...in turn of phrase, or your demure, almost nun-like manner. What is up with that, Luis? Sorry, Gracie. You're in my type. So can you let me be a limb-thick in peace? Having a pussy is your type, Lou. Tell me what's wrong with me. There ain't nothing wrong with you. If you're, like, really la guirets. Luis, fuck you! Hey, look. I stopped dealing with monster brats after Danny Lucasella tried to get her daddy to cut my balls off. You owe me an asshole. But that was it for me. I know where you're coming from. The shit I got into after my night of indiscretion with Roy Cito. Oh, trying to claim I spiked his drink. Roy Cito? A homo? He ain't a very good one. I never would have guessed it. Yeah, well, they don't wear a label on their head. Oh, look at this bitch behind the wheel. Tony, your extreme cleanliness is starting to rub off on the employees. Look, Gordon, home. What are we doing out of Grace's house? We're paying a visit. Shit. Don't we got other problems right now? Come on. Now that you mention it, there is another issue. That fucking Nevis, the Celebinator. Oh, my God. I just love that guy's blog. Well, that guy's blog don't love us. What happened? He's talking shit like it's going out of fashion. So what? He thinks he's the only guy with a mouth on the fucking internet? This is something we don't need right now. Oh, no one comes to our summer party in the Caraways. Chill out, bro. First of all, the summer's a long way off. And second, we shouldn't be having a party in the Caraways with our financial situation. This guy could sink us. Listen to him, Lou. The Celebinator is real influential. Right, bro. We'll send them a basket. It'll be cool. It's fucking blackmail with these guys. He got left off a list somewhere, so it's our livelihoods at stake. Hey, is that nicht die Alte, die wir mit Nico damals entführt haben? Ich kann mich noch ganz genau an die Stelle hier und an das Auto erinnern. Okay, wir müssen uns in den Internet-Café begeben, alles klar. Da wollen wir natürlich keine Müdigkeit vorschützen. Nennt man das vorschützen? Vortäuschen, glaube ich, ne? Müdigkeit vortäuschen, weil dann nicht stützen. Die Stütze kriege ich nur vom Abend. So, wie es das gehört. So. Okay, dann wollen wir uns mal ins Internet-Café setzen und dem netten Blogger mal eine nette E-Mail zurückschreiben. Und die mal klar machen, mit wem er sich da angeregt hat. Ey, was ist mit dir denn los, Mann? Wer will dich auch mal touchen, Alter? Ey, Mutti, hast du mal ein bisschen Crack-Up-Starter da? Ey, bleib mal stehen, Mann, wenn ich mit dir rede. Ey, gib mir das Crack mal. Crack. Gypsy Bitsy. Weg. Dein Kondom auf den Kopf. Okay. So, wie gesagt, wir holen uns mal hier an einen PC. Was machen die auch mal da am PC? Na egal. Klick auf das Web-Symbol. Klick auf den Selebinator. Ist das dein Ernst? You've been selebinated. Alter. Hä? Iiii. Was? Tony Queen und seine Stricher-Prinzessin Luis Lopez sind mal wieder gut dabei. Abgesehen davon, dass sie das am wenigsten überzeugende Nicht-Pärchen seit den zwei Männern sind, die sich mit einem Geparden-Albino in Las Venturas vergnügt haben. Bestehen Queenie und Queenie. Nun. Was? Äh, nun darauf. Die paar verzweifelnde Idioten, die sich überhaupt noch für die Mühe machen, das mittlerweile irrelevante Marsonette zu besuchen, aus dem Club zu werfen. Kommt mal wieder runter. Hallo, ihr Süßen. Euch will ich doch sowieso... Euch will doch sowieso niemand dabei zusehen, wie ihr euch gegenseitig mit einem Lab-Dance beschenkt. Alter, was ist das für eine Seite? Hilfe. Bah. Okay, was sollen wir machen? Klicke auf Kommentar schreiben, okay? Wo macht man... Ja. Äh, wo macht man das? Sind Kommentare deaktiviert? Achso. Aber hier oben nicht, oder was? Ah, hier nicht. Guck mal, du hattest vergessen, oder was? Klicke auf Abschicken. Marsonette Payer. Hey, Mr. Sele... Mr. Sele... Alter. Selebinator. Äh, wir hier im Club sind totale Fans deiner Seite. Darum sind wir echt erstaunt, solchen gehässigen Mist zu lesen. Ich bin sicher, dass du uns nicht beleidigen willst. Ruf uns doch einfach mal an, und wir finden einen Weg, die Sache aus der Welt zu schaffen. Abgeschickt. Und wir verlassen. Okay. Mach's gut, Nerd. Ah, schmeckt's? Kann mal trinken, ne? Boah, kann ich den Donut haben? Ey, kann ich den Donut haben, Alter? Lass mich nochmal durch, da. Ey, wo holst du den Kaffee immer wieder her? Ah, das Umweltverschmutzung, Mutti. Na egal. Keine Donuts für Luis. So. Und Tobi hat wieder total viel Zeit verplempert, ey. Das kann doch nicht sein. So, Freunde. Verweiß hier ausfrauentreffen, oder was? Haben die Weight Watchers hier irgendwo ihre Zelte aufgeschlagen? Luis, wie liebst du seine Zeit? Was ist der Mann, der ist? Was? Sehr schön. Mal gucken, wie sich das noch mit dem Selbernator entwickelt. Huch und jetzt. Wir fahren jetzt erstmal zu Mutti. Erstmal schön Klöße und Rotkohl mit Gulasch essen. Boah. Geil. Ja, die ist auch Bock drauf, ey. Mann. Ey, warte mal. Das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen. Hey, 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 hey. Hey, hey, Taxi-Man. Hey, bleib mal hier. Gib Stoff, Junge. So, dann müssen wir sich extra rüber düsen. Dann können wir hier gerade schnell das Ganze beschleunigen und dann passt das auch schon. Danke schon. Oh, danke. Oh, oh, oh. Hey. Thanks for the driving, Motherfucker. Ich hab nichts gemacht. Ich war's nicht. Moin. Ey, ihr seid echt scheiße Politisten, ne? Ihr seid echt schlecht. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Fuck, Mann. Scheiße, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch nochmal gucken, ob die Dinger funktionieren. Kann ich doch nichts für. Kann er nicht wissen, dass die funktionieren? Moin. Okay. Wir warten hier mal. Äh, ihr fahrt alle in die falsche Richtung, Mann. Dann auf mich anzuhupen. Okay, fahren wir mal hier außen rum. Ah, super, ist schon vorbei. Ey, Mutti. Hast du echt gedacht, oder was? Alter, was für ein Alter, ey. Oh, die Arme. Was ist denn mit den Taxis los, Alter? Taxis everywhere. So. Okay. Äh, wo hat die Mutti nochmal gewohnt? Ach, da hinten, neben dem Fight Club, genau. So, hier sind wir gleich. Da wohnt die Mutti. Ja, öff, dem Mutti. So. Corner Kids. Yeah. You can't be sitting here, man, watching him. Any fool policeman on a second day on a job will know you're the guy with the shit, man. You'll wind up back inside, you moron. It's nice to see you, Mr. Big Shot. Real nice to see you. Captain downtown. Captain downtown. Come up here to talk down to his old friends. Yeah, I just care about you guys, okay? I don't have a choice, man. My right-hand man got a single-digit IQ. Hey. H, come over here, man. Of course, I could do what you did. Run the fuck away. Go fuck a man or some shit. Yo, I ain't fucking no man, bro. Okay? I'm working the best clubs in the city. I ain't go nowhere. I'm ten minutes away on the train. Ten fucking minutes. What's up, H? It's like, it's another country down there. Ten fucking minutes. I'll give you ten fucking minutes. You ran away. Yo, whatever, man. Whatever. Whatever. You want a job, bro? I'll get you a job, man. You know that. Yeah, yeah, for sure, man. I want a job sucking some aging Playboy's cock. I want that job real bad. Sign me the fuck up. You're such a dick, bro. You would know. Enrique, would you get the moron to shut up, please? I'm sorry, man. I just miss you. Maybe I expressed myself coarsely? But we was like family. Oh, yeah, loco. We are family, man. But family doesn't mean we have to live up here slinging dope to a bunch of suburban punks from Aldenay, man. Dando complain about how life could be. We on the doorstep, man. Liberty fucking city. We could run the fucking world, man. Oh, and you running the world? Or you running errands for some ass muncher? Yo, Tony's all right, man. He's like the daddy I never had. Oh, fucking sugar daddy. Ay, whatever, man. My mate. Hey, Luis. Boys. Hey, mami, como esta? Hey, Mrs. L. How are you, boys? Hey, Mrs. Lopez. Hi, Luis. You look tired. Hey, mami, I've been working, you know. I do know. That's the problem. When you're going back to school. Ay, mami, por favor. I hear you going back to school, Armando. I'm doing an MBA, Mrs. L. Hey, let's go. Mommy, I gotta go, okay? But here, take this. Luis, take your life more seriously, baby. Please. Don't be like your father. Look at your brother. Look at your sister. They're doing so well. Mommy, I know. But what do you expect? I gotta hang out with more of us like these two, okay? Bye. Let's go. More hunts like us, eh, my brother? Ah, you know how mommy is. Oh, like a woman that's been abandoned by her children? Okay. Look, 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 look. I know you think we small. I know you think we ain't shit. But that's why I hit you up, man. Why? Because we got something real coming down. Yeah, the last time we had something real coming down, I did two years. Look, I'm not going to insult your intelligence by telling you shit, it's going to be different now. But it is. It is. Come on, trust me. Let's go. Na, ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht. Und die Mutti fragt ihn ernsthaft, ob er nicht mal wieder zur Schule gehen will. Ist die nicht goldig, die Alte? Kehrt die da immer noch? Na, leider nicht. Okay, wir steigen mal huch ins Auto und schauen mal, wo die uns hinbringen. Ihr gebt dich zu den Dogs, alles klar. Oh, roid. Na, dann machen wir das doch direkt mal. Das war Alter. Steuert sich jetzt nicht so bald, das Ding. Mann, geht doch mal weg da. Ihr Pisser. Remember das Summer of 99? Ja, I do. Es war damn hot that year, wasn't it? Hot as shit up here in 99. Und wir begannen zu den ersten Beste. T-Universal, we thought, oh, remember das? Nothin' quite like College girls. Io, Enrique got himself, didn't he? Yo, Sid. That Iberian girl. Fung der Glasses right off her nose. Ich schaue dir. Yo, hey, everybody gotta grow up some day. Not if you live next to a college, you don't. Them bitches stay the same age your whole life. True, bro, but that's not what I meant. I know. Shit. Not them Gomez boys anyway, Luis. Hey, you know I don't see them dumb fucks no more. Ha ha. 5-0 think you do. 5-0 askin' us about you and them all the time. You see Luis Lopez up here with the Gomez boys? You see Mr. Luis Fernando Lopez associating with Willy Valero? Haha, it's like they obsessed. Yeah, man. You get bags with a couple of punks. That's like you're associated with them for the rest of your life. My most dumb fucking useless, bro. I want the crimes out of control in this city. I can think of a few other reasons, too. Speaking of crime, bro, what the fuck are we doing here? Me and Rike got a new package. Shit's good enough for us to start seriously stepping on shit and making some real profit. Product and profit and pussy. That's how it works, bro. Sure it does, Rike. And you remind me why I'm coming along on a motherfucking dope deal? I don't touch that shit no more, man. I got a legitimate source of income. Get me out, bro. We just having a final meet with the guy to smooth out some details. It would really help if we had a respectable punk like you alone. Yo, this is just for appearances, right? You sure? Yo, sure I'm sure. Just for appearances. We shaking hands when the man is off. Nothing incriminatory. Fuck, bro. Okay. Okay. Only because I love you guys. You should know that. Shit, Mondo. You right. What? Big Queen really has groomed this fool. He gay, 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 gay. Fuck you, bro. Heavy armor may be the best way to dissuade foolish cats from action. Take an auto shoddy and some grenades out. Yo, thanks. It really makes me confident. This is gonna be a nice, peaceful chat. So, wir sind auch schon bei den Docks. Und hier sollen wir jetzt eine neue Ladung abholen. Für wen? Ich glaube, für uns selbst, ne? Schauen wir uns das mal an. Das geht doch eh wieder in die Hose, weil es immer in die Hose geht. Ja, es geht in die Hose. Fuckin' Cocksuckers. Papi, what's up, man? Hey, hey, middle man mano. What's good? Chilling, bro. I ain't. Papi, what's up? What up, baby? Yo, but who's this clown right here? Yo, be easy, bro. Whoa, 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 whoa. This is Luis Lopez. He's our boy. Yo, you gotta say my name, bro. Luis, you don't gotta worry about shit. Papi's a businessman. Legit. He's our connection, bro. Choriest package in town. You know, I got that raw, baby. You already know. To a fruitful relationship. Uh, 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 oh. The pitch. Oh, oh, oh. It's gone. Oh! Yo, what the fuck? Yo, you motherfuckin, shut me up, huh? You'll follow, right? Yo, we wasn't. You were you begging? What's going on? What's going on? They must've gotten our phones. Yo, fuck that, you fucking amateurs. I'm outta here, man. Okay. Oh. Ich dachte, das geht in die Hose. Weil's immer in die Hose geht. Warte mal, ich schieße aufs Auto, aber das ist immer gut. Oder warte, ich hab da noch was anderes. Das hilft immer ganz gut. Bisschen Sprengstoff, wa? Oh. 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 So, das hätten wir dann schon mal. Oh. Oh. So. Lauf halt noch in die Schüsse rein, du Follow-horse, alter! Ist gut, Alter! So, wir müssen, äh, wir müssen aber weg jetzt hier, ne, Freunde? Toll, die Kiste brennt. Warte, ich hab ein Auto. Warte. Hier, ich hab ein Auto. Ja, gleich, ich brauch jetzt mal ein Auto. Ich fahr, ich lauf doch da jetzt nicht hin, Alter. Bin ich denn? So, Freunde. Was ist denn hier los, ey? Alter, lass uns doch abhauen. Wir könnten doch abhauen mit dem Auto. Was ist denn hier los, ey? Alter. Alter. Wir hätten schon längst weg sein können, Mann. Na komm. Gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt. Sehr gut. Bam. Sehr gut. Mehr drauf, der Pissbärne. Ich muss ja fertig. Wir hätten schon längst weg sein können, Freunde. Schon längst. Was ist da? Was ist er denn? Mach da oben. Hä, was piepst du da? Was? Was piepst du da? Ach, scheiße. Okay, renn. Boah, das hat's voll gebracht, Freunde. Also, ihr seid echt super, Mann. Hat einem da mal gar nichts gebracht. In die Quere kommen. Okay. Hey, ich seh, dein Kopf. Was? Was? Everybody, was? Everybody, geht. Die Schofes. Weißt du, wir eliminieren einfach mal fast die halbe Stadt. An Bullen. Und haben nur drei Sterne. Ist klar. Oh, da ist was drin. Check it out. Oh, was war das schlecht? Oh, nee, war gut. War nice. Natürlich. Und jetzt sind die Kopfsterne auf einmal wie gelöscht. Wäre das doch immer so wäre, ne? Können wir den LKW nehmen hier? Geht nicht, sagst du? Wat? Ah, ist doch scheiße. Na, okay. Dann nehmen wir den hier. Auch. Hä? Wo will der denn hin? Nimm doch das Auto da. Was ist los mit dir? Passt dir das nicht, oder wat? Das richtige Gangster, wenn man natürlich auch eine richtig geile Gangster kann. Oder nicht so ein Serrano. Dann ist halt ein Schinken zum Reinsetzen. Na, egal. Schöner Serrano-Schinken, wa? Oh, ja. Gut. Gut. Ich bin nicht lecturing. Ich bin nur für meine Jungs. Das ist nicht das, was du an den Clubs und Jungs? Das ist auch für Jungs und Jungs. Oh, wow. Wir sind wieder zurück. Luis, du willst uns nach der Stadt nachdenken, um an interior decoration? Oder Boulevard Musicals? Oder Sucking Cock? Ich glaube, du machst das. Oh, ja, Samen. Jetzt, du sagst es, ich könnte ein paar Dich-Sucking-Lässe machen. Ich höre, du hast deine Technik auf der letzten Bid-Off-State. Du bist nur close friends. Aber was jemand gesagt hat, das ist fucking Bullshit. Das ist fucking Bullshit. Du bist ein guter Mann, du hast drei Kinder. Ich glaube, wir sind genug. Niemand erinnert sich der Bid-Off-State. Oh. Fuck, du! Offer du! Ja, ich verstehe, warum du dir meinen Schein gibst. Du warst die Leute, die mich zu kommen. Wir haben dich zu kommen, um zu sehen. Wir wussten nicht, dass du Schein warst. Ja, ja, Schein warst du Schein. Und ich habe mich verletzt. Also, ich denke, ich habe die Möglichkeit, zu sein für einen Moment. Oh, Luis hat seine Pantäne in eine Zwischung. Speak your piece, Bro. Look, wie du sagst, ich bin kein Experten in diese Schein. Aber ich ruhe ein Business. Oh, du ruhe Tony Schein, oder? Wo ist die Geld, dann? Du wirst mich hören, oder was? Du wirst niemals aufhören, wenn du die Leute auf dem Markt verkaufen. Es gibt genug Chumps da, für dich das Arbeit für dich. Also, du musst in die High-Level-Shift. Weißt du, wir rammen den Bullenwagen nur ganz leicht. Und die fangen sofort an zu schießen. Das ist manchmal so übertrieben einfach. Und jetzt eliminieren wir fast ein ganzes Polizeidezernat. Ja, und das ist denen dann auf einmal so scheißegal, weißt du. Aber wehe, du rammst sie, das geht gar nicht. Rammen und Drogen. Geht nicht. So, wir haben die Boys nach Hause gebracht. Und jetzt verpisst du euch, Mann. Maybe, man. So, wir sehen uns aber auch bald wieder. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play GTA 4 The Lost Nine. Das ist falsch. Es ist immer noch The Battle of Gay Tony. Morgen, 14 Uhr. Bis dahin. Ciao. Oh. Oh. most of theuft. Oh. Oh. It's a sin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017